hallo leute willkommen zurück auf dem black color reloader kanal ich bin der hitcher wir spielen arg und ja in der letzten folge haben wir noch ein bisschen metall geholt das ist jetzt hier kräftig am brutzeln ja können wir schon mal fünf rausholen vielleicht können wir uns die hatchet bauen und ja wir wollen jetzt mal unser dach fertig machen meine lampe bauen mal gucken was wir jetzt noch so brauchen und dann gehen wir mal an dass man uns mal ein dino holen ja lasst mal gucken wir haben zehn metall ich würde jetzt erst mal gerne als erstes das machen so dann haben wir nämlich die hatchet auch in metall dann tun wir uns das lagern wir einfach mal da drin ein oh das haben wir direkt gelevelt ähm was können wir denn der movement speed negative damage ähm fortitude ich glaube das hat was mit deiner beton das machen wir mal so ähm ok wir haben zwei metall dinger jetzt schon essen haben wir am start ähm wir müssen jetzt mal gucken ähm oh spaltmeat spaltmeat hier rein zwei wieder oder kotik steigt wieder gemacht ähm ja ähm wasserflasche ich würde mir jetzt gerne mal so eine wasserflasche machen ähm 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 so da brauchen wir heid und feiber haben wir hier dann können wir uns dieses water gedöhne machen einmal auf jeden fall damit wir immer mal ein bisschen wasser dabei haben so da haben wir das löschen dann können wir das wieder zurück ich glaube die heid tun wir jetzt mal mit hier rein wie viel flinkt man einfach hat er jetzt kann er nicht mal stone auch weg hier das rein das rein so so ok wir haben eine metall hatchet wir haben eine metall picke wir haben einen bogen äh ich würde sagen wir gehen einfach mal jetzt auf die suche ähm und suchen uns ein dino mir ist kalt warum ist mir kalt es wird auch dunkel das ist auch scheiße dann lasst uns erstmal ein paar dinos holen damit wir heid haben dann können wir nämlich unsere klamotten mal austauschen in Lederklamotten so hier sind die kleinen dinos hier die wir erledigen können ich weiß nicht ob der aber der hängt fest ne vielleicht können wir den und die 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 fest ich habe ihn 90 hat es natürlich gebracht und viel fleisch auch nicht schlecht so ja wir wollten uns leder körpern aber moment mal können wir da direkt mal gucken crafting das eigentlich nicht sortieren so was brauchen wir dann auf jeden fall zu jedem scheiß dabei dann ein bisschen feil bei mir jetzt hier mal schnell gemacht jetzt wieder an zu regnen so dann gucken wir doch jetzt noch mal so wir hatten ja schon leder schuhe hatten sie gemacht dann machen wir uns jetzt einen hut handschuhe ein hose und ein shirt und ich habe schon wieder gekackt so dann haben wir die klamotten jetzt dann tauschen wir das mal alles aus so ein shirt hose so und ich würde gerne das mal so sieht der opa aus da kommt der opa hat schon ein kann man das nicht irgendwie das trocken wir nämlich jetzt alles hier mal raus droppen 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 sammeln wollen wir erstmal gar nicht haben da wollen wir uns erstmal gar nicht mit beschäftigen ähm die gelben können wir behalten die schmeißen wir auf jeden fall weg so es wird schon wieder dunkel so hier ist kalt da ist mir schon klar ich weiß gar nicht ob man jetzt einen dunklen hier das ist ein dodo mal gucken mal gucken mal gucken mal gucken mal gucken mal gucken da ist einfach mal jetzt hier so rein da haben wir es doch wie nennen wir den dodo Leute wie nennen wir den dodo wir haben ein dodo ich frage jetzt meine tochter wie sollen wir den dodo nennen kakafurz kakafurz das ist natürlich ein super toller name wir nennen ihn einfach äh was ist das haben wir ein weibchen oder haben wir ein ähm wissen wir jetzt gar nicht ähm so wir nennen ihn jetzt kackwurst so umblenden können wir den immer noch so ok äh das bin ich gerade mal bei liegen oh wie kann ich den äh äh reite ich jetzt gerade den dodo oder was ey wie werde ich den dodo wieder los Leute ich sitze auf dem dodo ah ne scheiße ah ok meine tochter hat es gewusst so ähm ah der ist schon gelevelt so äh 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 so äh wem geht man natürlich HP so wo kommt er jetzt mit uns mit er kommt mit uns mit so äh ich muss aber jetzt gerade mal ähm die options gucken das war mit dem Pfeiferei die Döne ähm ähm jetzt gab es ja noch dasselbe bisserl all neutral auf T und Y T ist follow Y ist stehen ok so äh wir kommen mal mit kackwurst äh wir werden unterwegs äh noch ein bisschen Holz mitnehmen viel tragen musst du ja nicht können ne kackwurst wo bist du kackwurst ah da kack kackwurst bisschen schneller wir haben viel zu tun so boah wir sind schon wieder fast voll voll so wartet wir können vielleicht ok wir sind schon wieder gelevelt äh da machen wir noch mal ein Auf-Reed so kackwurst bist du noch da ja alles klar kackwurst ist da was bist du denn überhaupt ja pass bisschen ne äh ne jung äh ähm 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 so äh komm happy kannst du den tragen kannst du kannst du auch was tragen guck mal hier jawoll kannst du das ganze Holz tragen komm so pass kackwurst komm so kackwurst komm ne ich glaub das ist dem zu viel ich will nicht zu viel tragen dann nehmen wir mal die hälfte raus da geht das jetzt kackwurst kommst du jetzt aha geht doch so kann man ja jetzt wo man der kackwurst ein bisschen was gegeben haben kann man noch ein bisschen so das war aber ey da kommt ein strahl runter direkt bei uns am haus irgendwo das ist natürlich eine interessante sache das werden wir uns direkt ansehen oder werden wir doch mal hingehen aber wir haben natürlich absolut überladen wir sollten jetzt erstmal zu unserem haus gehen aber das ist ja da hinten dann gehen wir dann da hinten zu gehen lassen wir kackwurst lassen wir auch mal stehen zum hauschen kackwurst kann links kackwurst wo bist du ah da kommt kackwurst so für das nächste tier habe ich auch schon den Namen ich weiß nicht ob ihr es gesehen habt der Phil Offenbach aus dem Stream äh vom äh Mac Manus hat ja ein Ansage Video gemacht äh findet ihr bei uns verlinkt auf Facebook und auf Instagram äh oder auf Twitter äh könnt euch mal angucken sehr leicht gemacht äh ja von mir wird da auch noch ein Video kommen ähm mal gucken wann weiß ich noch nicht äh da werde ich mir was besonders einfallen lassen so kackwurst kommt wir sind gleich zu hause guck hier ist ein toller Strahl den gehen wir uns jetzt gleich holen aber wir müssen jetzt erstmal hier äh äh Dingens ne verstehst so und wir haben hier äh äh die steht ja hier mal wunderbar so ähm so ähm so 150 pack mal da rein das ist ätzendel das ist immer so holz rein setzschrieber steine steine noch ein halter mehr da gehabt heid fiverr packen wir zu den narko berries dahin spolt mit haben wir wieder ein bisschen was dann machen wir uns da machen das brutzeln wir uns so kackwurst wo bist du kackwurst kackwurst ah da hast du gekackt hast du schön gemacht hast du einen halfiebeufi gelegt okay so du bleibst jetzt hier stehen du bewahrst deine kacke und den rest von unseren besitztümern ja ich weiß so und dann dass hier keiner kommt und sagt laut so was daran so jetzt gucken wir mal was in diesem grünen dings ist passt auf kackwurst passt auf passt auf gut so kackwurst passt auf unser haus auf wir rennen zu dings so ähm was essen so so ist da nichts drin so doch wo 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 ist denn das? Wie kann ich das denn loten? Ah, so. Okay. Gott, es ist aber direkt dunkel geworden. Hilfe. Kack, wo ist das Haus? Komm mal, den bleibt. Ich steck nochmal Holz mit hier und... Nee, kann man das nicht. Boah, ich seh gar nichts denn. Nacke, Mann. So. Hier ist unser Haus. Kann noch nicht so weit weg sein. Schon wieder ballern. Ähm. Da. Kackwurst, ich komme. So. Na, Kackwurst? Alles klar? Oh, Kackwurst ist gerevelt. Wir können Kackwurst wieder... Ja, ist ja schön gemacht. Alles gut bewacht? War jemand hier zu Besuch? Nein? Okay. So. Ähm. Weg. Ähm. Das tun wir einfach mal... Wartet. Hä? Hä? Haben wir ein Door und ne Dings gekriegt? Dödsinn. Ah, nee, wartet. Wir haben drei, ähm... Seedings. Zwei Seedings gekriegt. Können wir mal direkt setzen. So. Und Walls haben wir auch gekriegt. So. Das packen wir uns jetzt alles mal hier ran. Ähm. Baumaterialien. So. Das habe ich nochmal auch gekriegt. Da ran. Ähm. Mischen. So. Ähm. Kapst. Das darüber. Und ja, Achtung ist das halbe Leben. So. Ähm. Das darüber. So. Ähm. Lass uns doch mal gucken, was unser Metall sagt hier. Haben wir noch ein neues Metall gekriegt? Nein. Wir müssen noch Metall sammeln. Ähm. Wir besorgen uns aber jetzt erstmal was zu trinken hier. Oh, ne Wasserflasche dort ist. Ja. Ah. So. Wasserflasche ist voll. Okay. Wir sind auch übrigens. Wir sind satt. Ja. Ich würde sagen. Das soll es auch mal gewesen sein für diese Folge. Ich warte jetzt mal ab. Ähm. Was. Äh. Die Nacht so noch bringt. Da sind noch so ein paar Dinge. Oh, da hinten am Schand ist ein weißes Ding. Äh. Da gehen wir jetzt gleich mal hin. Äh. Kackwurst bewacht unser Haus. Ist schon Level 8. Und. Ähm. Ja. Wir müssen noch mal ein bisschen die Decke zumachen. Und ein bisschen Beleuchtung machen. Damit man nachts hier mal ein bisschen besser was sehen kann. Ne. So. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Like da. Wenn euch Kackwurst gefallen hat. Äh. Lasst auch ein Like da. Und über ein Abo würden wir uns natürlich auch freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Takkan Wurst. Jo Des.